Guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der 103, wieder zu unserer Jump Session, leider ohne unsere Gäste, leider ohne allen und heute haben wir hier für euch Oriental Confusion mit Jens und seiner Gruppe und heute wird Tarek, da freue ich mich drauf, auf diese herrlichen Klangen, da freue ich mich, dass Tarek hier ist und Tarek wird für uns spielen. Tarek, magst du ein bisschen über dich erzählen? Ja, gerne. So, hallo, guten Abend, mein Name ist Tarek, ich spiele das Kanon seit Kindheit. Genau, also ich habe hier schon in diesem schönen Ort 2016 einmal gespielt und heute ist mein zweites Mal, ich freue mich darauf mit Jens und Volker, schönen Abend euch und genieße den Abend. Dankeschön. Jens, hast du noch was zu sagen? Bitte. Ja, also ich finde es natürlich schade, dass es jetzt wieder ohne Publikum stattfinden muss und hoffe, dass es euch trotzdem Spaß macht, das an den verschiedenen Endgeräten zu gucken und ansonsten lassen wir jetzt einfach die Musik sprechen irgendwie und genau bei drei Leuten hat man ja auch nicht so viel anzusagen, da ist schnell gesagt, wer hier auf der Bühne ist und wir spielen ein unterschiedliches Programm, ein paar folkloristische Stücke, auch eine Eigenkomposition von Tarek und natürlich das alles mit viel Improvisation zwischendurch, also viel Spaß. Und ja, genau, mit Volker spiele ich schon seit 2003 zusammen, das ist eine ganz schön lange Zeit. Wir sind beide auch im Transorient-Orchester und ich freue mich, dass er heute Zeit hat, hier mit uns zu spielen, genau. So, jetzt würde ich sagen, lass die Musik für sich sprechen. Viel Spaß. Go, go, go. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Mal hier. Gute. типа, Schönen traffic. Und was noch? Angstfrei zu sein. Euch mal ein bisschen nachzudenken, Leute. Und zu wissen, was wirklich ist. Ich wünsche euch alle, 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 alle Liebe, Sonne, alles, was da ist. Möge die mit euch sein. Ciao. Ciao.